Intro Hey und herzlich willkommen, ich bin's euer Spookyherz, willkommen auf meinem Kanal. Endlich ist es soweit meine lieben Freunde, endlich erfahrt ihr, was euch in meinem Naruto Shippo in Ultimate Ninja Storm Revolution Turnier erwarten wird. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen Leute, es wird wirklich, wirklich, wirklich mega cool und ich freue mich schon mal drauf. Das Ganze habe ich Anfang dieses Jahres mit einem Trailer auf meinem Kanal angekündigt, da hatte ich glaube ich noch ca. 3000, 4000 Abonnenten und ich muss wirklich sagen, selbst da haben sich wirklich schon sehr, sehr, sehr viele Menschen drauf gefreut auf dieses ganze Turnier und haben wirklich das Ding tot geliked, tot kommentiert und heute sind wir jetzt fast bei 10.000 Abonnenten und es freuen sich dieselben Menschen plus noch mehr Menschen und das ist einfach unglaublich und das ist so ein fucking Motivationsstoß für mich. Auf jeden Fall ein dickes, dickes Danke nochmal an euch dafür, das ist echt unglaublich. Kommen wir aber nochmal zum Daniel aka Epics, auch an ihn nochmal ein dickes Danke, der mir bei dem Intro und bei dem Trailer für das Turnier geholfen hat, denn ohne ihn hätte ich das auf jeden Fall nicht so geil hinbekommen, wie ich das jetzt alles hinbekommen habe. Digga, einfach nochmal ein dickes, dickes, dickes Danke an dich. Ich weiß, es war wirklich viel Arbeit, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und Bro, du hast was gut bei mir, auf jeden Fall. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei ihm auch nochmal vorbei, Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung, schreibt einfach in sein neuestes Video, so Hashtag Yadak oder so, der freut sich auf jeden Fall richtig drauf, denn er isst gerne Yadaks. So yeah, ich würde mal sagen, fangen wir doch einfach mal an jetzt. Ihr wollt jetzt bestimmt wissen, wie die ganzen Regeln sind, was euch eben in diesem ganzen Turnier erwartet und ich habe einfach alles fertig. Es ist alles fertig, die ganzen Thumbnails, die ganzen Sachen, die ganzen Videos, alles ist wirklich online und fertig und ja, es fehlen nur noch so ein paar kleine Sachen ab, die kriege ich bis zum Turnierstart auf jeden Fall noch hin. Und ich würde mal sagen, fangen wir doch einfach mal an mit den Regeln. Ja, ein Turnier muss auf jeden Fall Regeln haben, wenn ein Turnier keine Regeln hat, ist das Ganze natürlich zum Scheitern verurteilt, Leute. Das geht einfach unter, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Deswegen habe ich mir drei Regeln aufgeschrieben, die auf jeden Fall fest sitzen und auch bitte eingehalten werden und ich hoffe auch, dass sie diese drei Regeln akzeptieren wird, weil das einfach für mich wichtig ist und ich werde diese Regeln auch nicht ändern. So, fangen wir einfach mal an mit der ersten Regel. Verbotene Charaktere. Es gibt ja bei Naruto einige Charaktere, die wirklich ein bisschen stark sind. Ihr könnt sie jetzt auch schon lesen, welche verboten sind und ich würde mal sagen, ich lese sie jetzt einfach mal vor. Tenten, PTS-Tenten, Temari, Deidera, Danzo und Mecha-Naruto. Bei Tenten meine ich die große Tenten, jede Tenten, also die ganz normale Tenten und eben die Tenten, Krieg-Tenten, sage ich mal und PTS-Tenten ist eben die kleine Tenten. Und ja, die ist auf jeden Fall verboten, Leute. Temari, Deidera, muss ich eigentlich auch nicht viel dazu sagen, das sind die reinsten Spam-Charaktere, will ich auf jeden Fall auch nicht im Turnier haben. Danzo war eigentlich nicht geplant, dass er gesperrt wird, bis ich eben seinen Rage-Youtu gesehen habe und gesehen habe, dass das sofort einen killt. Also man ist sofort instant tot, wenn es einen trifft und das will ich auf jeden Fall nicht im Turnier, weil das einfach nur lame ist, wenn man mit so einem Charakter das ganze Turnier gewinnt. Das ist einfach lame und das müsst ihr auf jeden Fall akzeptieren. Klar, man könnte bei Danzo sagen, man darf Danzo nur im Ultimate-Typ nehmen oder eben im Drive-Typ, dann kann er seinen Rage-Typ nicht einsetzen. Klar, kann man machen, aber ich möchte einfach dann so durch diese Aktion überhaupt nicht im Turnier sehen. Auch nicht als Hilfskarakter, nichts, komplett. Natürlich, diese ganzen Charaktere wie Tenten, Temari, Deidera, die dürfen auch nicht als Hilfskarakter benutzt werden. Ganz wichtig, Leute. Nicht als Main und auch nicht als Hilfskarakter. Mecha-Naruto habe ich sowieso schon gesagt, dass ich den sperren werde. Das habe ich schon seit der Demo gesagt, weil ich es einfach nicht cool finde, wie er sich spielt. Also, er spielt sich auf jeden Fall stark, Leute. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und genau deswegen möchte ich ihn aus dem Turnier nehmen, weil das einfach nicht... Das ist keine Kunst, mit dem zu gewinnen. Das ist wirklich keine Kunst, mit dem zu gewinnen. Das ist ziemlich einfach sogar. Und deswegen möchte ich den auf jeden Fall rausnehmen. Und ich hoffe, ihr könnt das Ganze natürlich akzeptieren. Wir müssen uns zum Beispiel nur sein Rasengan angucken. Oder sein Roketto-Rasengan, so heißt es ja. Das verfolgt einen. Wenn man verfehlt, dreht er einfach die Richtung um und verfolgt einen trotzdem. Und das ist einfach nicht cool. Das finde ich scheiße und deswegen muss der auch nicht drinnen sein. Kommen wir zur zweiten Regel. Die zweite Regel ist Abwechslung im Turnier. Ja, das ist natürlich auch eine wichtige Regel in meinem Turnier. Und zwar habe ich echt keinen Bock, wenn da jetzt zum Beispiel einer die ganze Zeit nur Madara nimmt. Die ganze Zeit nur Madara. Oder Edo Minato oder Shizui oder wen es da noch alles gibt. Darauf habe ich echt keinen Bock. Deswegen habe ich das so gemacht, dass man eben jeden Charakter pro Runde, also pro Runde heißt pro Gegner, gegen den man spielt, nur ein einziges Mal benutzen darf. Also nur der Main-Charakter. Hilfscharakter könnt ihr so oft benutzen, wie ihr wollt. Aber euren Main-Charakter. Main-Charakter ist der Charakter, den man steuert. So, ich habe mal ein kleines Beispiel aufgeschrieben. Spieler AB10 nimmt in der ersten Runde Joji als Main. Und dazu noch Shika und Ino. Dieser Spieler darf in der zweiten Runde nicht wieder Joji nehmen. Da er ihn ja als Main hatte. Sollte er eine ganze Runde weiterkommen, darf er natürlich wieder Joji nehmen. Das ist natürlich erlaubt. Also er ist nicht komplett dann fürs Turnier gesperrt. Nur für den Gegner, gegen den er spielt. Weil wir brauchen einfach Abwechslung. Und ja, selbst wenn er auch eine Runde weiterkommt, ich bitte euch einfach, macht vielleicht ein bisschen Abwechslung. Weil das Ganze kommt natürlich auf YouTube hoch. Und ich möchte den Abonnenten, die es leider nicht ins Turnier schaffen werden, möchte ich natürlich auch was Cooles bieten. Und es soll ja auch ein bisschen spannend werden im Turnier, oder? Und ich weiß nicht, wie das so ist, wenn jetzt wirklich jeder die ganze Zeit den gleichen Charakter nimmt. Und das ist wirklich nicht cool. Machen wir einfach weiter. Dritte Regel, Pünktlichkeit. Ja, sollte ein Spieler zu einem vereinbarten Termin nicht kommen, wird er disqualifiziert. Und ich werde mich dann um einen Ersatzgegner kümmern. Und der ist dann für ihn drinnen. Und der andere ist dann leider raus. Ohne Widerworte. Und es bringt dann auch nichts, einen Tag später mir zu schreiben, Spooky, ich habe verschlafen. Meine Oma hat mir einen geblowt, oder was weiß ich. Das bringt einfach nichts in dem Sinne. Weil, ja, es ist eine Verabredung. Und wenn man zu einer Verabredung nicht kommt, hat man Pech gehabt. Das ist einfach so. Und das müsste man einfach akzeptieren. Und, jo, die meisten fragen sich jetzt natürlich auch, wo ist viertens kein Spam? Ja, Spam kann ich leider nicht verbieten, Leute. Es gehört eben zum Gameplay dazu. Ich kann es euch einfach nur empfehlen. Spamt nicht. Spamt einfach nicht. Man sieht euren Online-Namen. Und, ähm, wenn ihr jetzt in dem Video spamt, ihr könnt es machen, Leute. Wie gesagt, ihr könnt es machen. Solltet ihr aber im Video spamt, dann müsst ihr auch die Konsequenzen dafür tragen, dass ihr eben, ja, euch blamiert mit dem Ganzen. Weil ich lade das Ganze natürlich hoch. Und wer spamt, das kommt niemals gut. Besonders nicht bei Naruto und auch nicht auf YouTube. Deswegen würde ich es einfach lassen. Lasst dieses ganze Gespamme. Also, ich meine, damit nach hinten gehen zum Beispiel und dann irgendwelche die ganze Zeit Jutsus einsetzen. Das bringt nichts, Leute. Damit blamiert ihr euch. Und deswegen, ich kann das auch nicht verbieten. Wie gesagt, es ist erlaubt. Aber ich empfehle es euch einfach nicht. Es ist wirklich nur ein guter Tipp von mir. Machen wir einfach weiter. Und zwar, wie viele Runden werden gespielt? Ja. Es gibt natürlich die Vorrunde, das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale, das Finale und das Kingfinale. Zum Kingfinale kommen wir auch nochmal gleich. Da möchte ich noch was dazu sagen. Aber fangen wir doch erstmal in der Vorrunde und im Achtelfinale an. Da wird ein Best of Three gespielt. Das heißt, wer die ersten zwei Kämpfe gewinnt, ist weiter. Wenn es 1-1 steht, kommt eben noch der dritte Kampf und der entscheidet dann eben. Und jo. Dann ist das Viertelfinale und das Halbfinale. Das wird in einem Best of Five gespielt. Das heißt, wer zuerst drei Siege hat, gewinnt und ist die nächste Runde und ist in der nächsten Runde besser so. Und ja, kann dann weiter kämpfen. Das Finale wird in einem Best of Seven ausgetragen. Und das ist eben vier Siege. Wer zuerst vier Siege hat, gewinnt und ist dann der King. So. Jetzt kommen wir zum Kingfinale. Das Kingfinale ist gegen mich, Leute. Ich bin der King. Sozusagen jetzt, okay? Ich möchte persönlich nicht am Turnier teilnehmen, weil das ein Abonnententurnier ist und ich euch was Gutes tun möchte damit. Deswegen werde ich mich in den Kingfinale setzen. Und der Gewinner aus dem Finale darf dann nochmal extra gegen mich in einem extra Video in einem Best of Three spielen. Und das wird dann separat nach dem Finale hochgeladen. Sollte der Finalist mich auch besiegen, ist er der King und darf nächstes Jahr automatisch beim nächsten Turnier wieder mitmachen. Dann ist er aber der King und steht im Kingfinale. Und ich bin dann eben ein Abonnent wieder und nehme ganz normal am Turnier teil. Das ist einfach so. Und ich finde die Idee auf jeden Fall ziemlich okay. Es ist einfach mal was Neues. Es ist einfach mal was Neues. Sollte der Finalist, wie gesagt, auch gegen mich gewinnen, wird er keinen extra Preis oder so bekommen. Sollte der Finalist aber gegen mich verlieren, wird er auch seine Preise, die er bekommt, weil er das Finale eben gewonnen hat, auch nicht verlieren. Also, wenn er das Finale gewinnt, euch gehören die Preise. Ihr verliert nichts, Leute. Absolut nichts. Das Kingfinale ist einfach nur nochmal so eine Bestätigung, dass ihr wirklich der King seid und dass ihr einfach nächstes Jahr wieder automatisch im Finale steht und eben der King seid. Ich hoffe, euch gefällt diese Strukturierung, wie ich das gemacht habe. Und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Ich würde mal auch so sagen, machen wir doch gleich mal weiter. Und zwar mit den Terminen. Das ist natürlich jetzt ein Thema, wo jetzt viele denken, hm, was ist, wenn ich nicht um diese Uhrzeit kann? Ja, ich werde es aber so machen, dass ich mich zu dritt mit euch hinsetzen werde, also die zwei Kämpfer plus ich eben, dass wir uns zusammensetzen, also in Skype oder so, und das einfach abklären. Und eine passende Zeit für alle finden, die dann, ja, eingehalten werden muss und dass dann da einfach alle erscheinen, weil ich habe da echt keine Lust, irgendwie eine Liste anzufertigen, dass Spieler ABC gegen Spieler XYZ genau um 12 Uhr spielt und dass ihr da sein müsst. Das ist, das ist zwingend und ich möchte niemanden zu zwingen und ich möchte, dass das wirklich gechillt alles passiert und ich möchte auch nicht, dass das irgendwie unter Druck und so passiert. Deswegen werde ich mich mit den Leuten zusammensetzen, immer eine passende Uhrzeit rausfinden und dann wird das Ganze aufgenommen und dann wird das Ganze am nächsten Tag auf YouTube sein. Ganz einfach. Sollte einer von den zwei trotzdem nicht erscheinen, obwohl wir es abgemacht haben, eine passende Zeit gefunden haben, wird er trotzdem disqualifiziert und ich werde, wie gesagt, einen Ersatz suchen. Sollte ich keinen Ersatz finden, werde ich ein Info raus, ein Info wieder raushauen und eben den Typen eine Runde weiterschicken. Ich hoffe, dass ich da irgendwie Ersatz finde. Es kommt einfach auf die Anmeldungen an, die ich jetzt von euch bekomme, aber zu den Anmeldungen kommen wir auch noch gleich. Und darauf kommt es dann einfach an, wie viele Anmeldungen es sind, wie die Spieler sind und alles mögliche. Also wie gesagt, das mit dem Ersatz ist noch so eine Sache, die noch nicht ganz sicher ist, aber ich muss da irgendwie mal gucken, wie das gemacht wird. Und so, kommen wir zu den Teilnehmern bzw. der Anmeldung. Vorweg möchte ich noch sagen, die Anmeldung ist erst ab morgen, Leute. Deswegen, was ihr jetzt hört, das könnt ihr erst ab morgen machen. Bitte schickt mir nicht heute schon die ganzen Sachen, die ihr jetzt erfahrt, okay? Das bringt nichts. Ich werde heute nichts annehmen, Leute. Ich erwähne das nochmal jetzt im Video. Ich werde nichts heute annehmen. Erst am Samstag, sobald das Video online ist und ihr euch offiziell registrieren könnt, okay? So, jetzt fangen wir mal an. Die Teilnehmer. Ganz einfach. Ihr müsst von euch ein Video machen, wie ihr eben in Naruto Storm Revolution spielt. Das Ganze ladet ihr auf YouTube hoch und zwar auf nicht gelistet. Ganz wichtig, Leute. Nicht gelistet. Es reicht einfach, wenn das irgendjemand von eurer Familie, Bruder, Schwester, Mama, Papa, Kumpel oder Oma, Opa, keine Ahnung, dass die das einfach mal kurz mit einem Handy aufnehmen. Solltet ihr keine Elgato oder Game Capture oder irgend sowas haben, dann könnt ihr das, wie gesagt, mit einem Handy aufnehmen. Das ist mir wirklich Schnüppel. Hauptsache, man kann einfach nur den Online-Namen sehen und es soll halt auch ein Online-Kampf sein. Also, es soll nicht gegen Computer sein, weil das ist lame. Ich will sehen, wie ihr euch im Online abgibt und wie ihr da, ja, kämpft. Das möchte ich einfach sehen. Und diese Anmeldung ist wirklich für jeden. Sollte das einer nicht machen, kann er eben auch nicht teilnehmen. Und, ja. Jetzt ist halt diese Sache. Ich kann halt wirklich nur 32 Leute raussuchen. Ich werde dann aus diesen ganzen Videos, die ich eingesendet bekomme, werde ich dann eben die 32 Leute raussuchen und werde mir dann eben die 32 Besten raussuchen und die in das Turnier reinstecken. Es ist halt problematisch. Ich bin jetzt fast bei den 10.000 Abonnenten. Mein Kanal handelt es, handelt um, ja, wie heißt es, Naruto, Anime und Koron, alles Mögliche. Und da wird es wahrscheinlich schnell voll sein, dieses Turnier. Deswegen möchte ich einfach nur wirklich die Besten der Besten in Naruto Storm Revolution in diesem Turnier haben. Ob ich das nächstes Jahr vielleicht anders machen kann mit 64 Turnierteilnehmern, mal gucken. Kommt drauf an, wie das Ganze jetzt ablaufen wird, dieses Turnier. Und darum mache ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal keine Sorgen. Jetzt mache ich mir erstmal Sorgen um dieses Turnier. Und so wird es auf jeden Fall ablaufen. Wie ihr euch anmelden könnt, das erfahrt ihr erst morgen in einem separaten Video. Da erfahrt ihr auch die Preise, was es für Preise geben wird. Und, jo, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Jetzt habe ich noch ein kleines Tutorial für euch vorbereitet. Da ich euch einfach mal zeigen möchte, wie man auf nicht gelistet hochladet. Weil das vielleicht ein paar nicht wissen. Und ich möchte wirklich jedem hier die Chance bieten, dass er mal wirklich bei so einem Turnier mitmachen kann. Und dass wirklich auf YouTube dann hochgeladen wird, wo es wirklich fette Preise gibt, Leute. Es gibt wirklich dicke, dicke, dicke Preise. Also natürlich nur für Platz 1, 2 und 3 gibt es wirklich sehr, 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 sehr dicke Preise, Leute. Also, huuuh, also da muss ich auch schwitzen schon, das sage ich euch. Ähm, ja, wie gesagt, ich würde mal sagen, schauen wir uns jetzt mal das Tutorial an. Viel Spaß! So, Freunde, da bin ich nun. Und ich zeige euch jetzt, wie man auf nicht gelistet hochladet. Ich mache das aus dem einfachen Grund, weil vielleicht nicht viele wissen, wie das funktioniert. Und ich möchte wirklich, wie gesagt, jedem die Chance geben, dass er sich hier ordentlich anmelden kann. Und dass einfach jeder die gleiche Chance hat. Und, ja, ich zeige euch das Ganze mal. Ihr seid auf eurem, ja, YouTube-Channel. Ist egal, wenn ihr da noch nichts drauf habt oder so. Das müsst ihr gar nicht. Es kann auch euer erstes Video sein. Und, ja, ich zeige euch das Ganze mal. Ich habe jetzt hier mal so einen Fake-Account erstellt. Äh, ich weiß nicht, den muss ich auch wieder löschen und so. Und, ja, ihr drückt jetzt erstmal hier oben rechts auf Hochladen. Da drückt ihr einfach mal drauf. Dann erscheint dieses Fenster hier. Dann drückt ihr einfach wieder hier in die Mitte drauf. Dateien für Hochladen. Nehmt euer Video, was ihr auf dem Desktop oder sonst wo gespeichert habt auf dem PC. Drückt dann einfach auf Öffnen. Und schon ladet das Ganze hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie lange euer Video sein wird. Es kann dementsprechend, äh, auch dauern dann. Wenn es umso länger, umso länger dauert es dann auf jeden Fall. Und, jo, kommt halt drauf an. Ihr geht jetzt aber trotzdem hier bei Öffentlich hin. Und wählt einfach nicht gelistet aus. Das war's schon. Drückt einfach auf Fertig. Gebt hier oben vielleicht noch, ja, den Videotitel ein. Und das war's eigentlich. Jetzt wartet ihr, bis das Ganze hochgeladen ist. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal kurz einen Schnitt, bis es hochgeladen ist. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. So, Freunde. Das war's eigentlich schon. Jetzt, so sieht es einfach fertig aus. Und zwar, wenn einfach hier dieser Haken ist. Dein Video ist ab sofort unter, hm, 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 verfügbar. Das ist nun der Link. Da klicken wir jetzt aber nicht drauf. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wo ihr euer Video auch findet. Ihr drückt jetzt einfach hier oben rechts auf euer Bildchen. Drückt auf YouTube Studio. Dann ladet es kurz. Dann geht ihr einfach hier auf Video Manager. Und fertig. Hier ist euer Video in HD. Ich hoffe, in HD. Und, jo, das war's eigentlich. Das war's, Leute. Hier, ähm, könnt ihr jetzt sehen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Und zwar, wenn das Bildchen blau ist und ein Schloss dran ist, was noch offen ist. Also nicht, äh, ganz zu ist, sondern halb offen ist. Und wenn das eben da ist, dann habt ihr das alles richtig gemacht. Und das Video kann man immer noch ansehen. Ich kann's ja mal nicht starten. Auf jeden Fall kann man dann einfach, wenn man Rechtsklick auf den Namen macht, dann Adresse des Links kopieren. Dann hat man den Link und kann ihn hier zum Beispiel einfügen. Das ist der Link jetzt. Und diesen Link, den müsst ihr mir einfach schicken. Das Video online lassen, auf jeden Fall. Weil das dürft ihr nicht löschen. Ähm, einfach, ja, nicht löschen. Dieses Video kann sowieso nur die Leute sehen, die den Link haben. Also dementsprechend nur ich. Also, den kann niemand anderen sehen. Und, jo, ist auf jeden Fall ziemlich einfach. Und das müsst ihr machen, um eben beim Turnier mitzumachen. Diesen Link, den schickt ihr mir dann auf jeden Fall morgen. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Äh, das war's dann auf jeden Fall von dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch irgendwo ein bisschen geholfen. Und, jo, haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns gleich wieder. Tödelö. So, das war das Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch somit ein bisschen helfen. Und natürlich war das jetzt für die Leute, die wissen, wie man auf nicht gelistet hat, ein bisschen langweilig. Aber, das kann man ja überspringen für die Leute, die es schon wussten. Für die Leute, die es nicht wussten, bitteschön. Jetzt habt ihr wirklich alle die Chance, daran teilzunehmen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ihr müsst jetzt nicht sofort das Video aufnehmen, Leute. Es bringt nichts. Wie gesagt, ähm, ich werde nichts in Skype oder Facebook heute annehmen. Nichts, komplett nichts. Nada. Erst morgen, wenn das Video online ist und ihr wirklich sehen könnt, wie ihr euch registrieren könnt. Weil es wird eine Anmeldeliste geben. Äh, und das erfahrt ihr dann morgen in einem Video. Das wäre einfach zu viel jetzt. Und das erfahrt ihr dann, wie gesagt, morgen, circa 13 Uhr oder so, müsste das Video dann online gehen. So. Ähm, mehr habe ich jetzt eigentlich nicht zu sagen. Mich würde es einfach jetzt mal interessieren, wie findet ihr das Ganze, wie ich das jetzt hier aufgebaut habe. Aber schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst noch vielleicht ein Like oder ein Abo da. Und, ja, freut ihr euch drauf. Das würde mich echt mal interessieren. Freut ihr euch drauf oder freut ihr euch nicht so oft das Turnier? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Und was erhofft ihr euch von dem Turnier? Das würde ich echt mal wissen, Leute. Deswegen schreibt es in die Kommentare. Schaltet morgen auf jeden Fall zum letzten Infovideo rein. Da erfahrt ihr wirklich, wie lange man Zeit hat zum Anmelden, wo die Anmeldeliste ist und was es für Preise gibt, meine lieben Freunde. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, haut rein, meine Freunde. Bis morgen und tödölö. Hau da rein.